Haben die Missionen eigentlich irgendeinen Zusammenhang gut holt? Oh shit! Aber dieses One-Hit-Sterben ist für mich ein bisschen... Ich würd gern ein bisschen tankiger sein. Ja... Weil die... Ja, hallo, der Mili-Tag bringt dir sonst gar nichts, wenn du gar nichts aushält. Dann musst du immer mega... Oh... Ja, guck mal! Ich kann nicht mal Aufzug fahren, ey, da werd ich schon gesnackt. Ich mach den Typen hier mal weg, ey, das geht ja gar nicht klar. Fuck, ey. Oh, wieder tot. Ja, und diesmal sind alle Gegner tot. Oh. Ups, nein! GG. So. Next time. Ja, jetzt sind wir... Ja, jetzt sind wir... Wie, wie? Ja, man kann nicht da unten schießen. Ne, kann da ne Granate runter? Ne. Ne. Ja, super. Das wäre aber da absolut fair. Muss ich ja mal einfach so sagen. Alter. Jetzt hör mal, du kannst ja auch nicht wirklich dodgen, weißt du, ne? Nicht wirklich. Weißt du, was soll man denn jetzt hier machen? Hä? Ich hab keine Ahnung. Kann man da auch irgendwie nach unten schießen? Ne, nach unten schießen ist nämlich nichts drin, ne? Ne. Hätten wir nicht so weit nach rechts gehen dürfen, damit der Aufzug noch im Screen ist oder so? Ja, als ob, ey. Dann wär das ja... Meinst du, wir kriegen das gar nicht mehr hin hier oder was? Ja, ich weiss nicht. Kann auch versuchen... Hä? Oder gibt's hier irgendwo so ne Stelle, wo man... Ja komm, müssen wir da spawnen? Ja, hoch springen und dann runterschießen. Achso. Das musst du aber wissen, ne? Ja gut. Aber daran sieht man... Da haben wir gerade wieder 35 Leben verloren. So, weiter geht's. So sieht's aus. Oh, du bist richtig sneaky hier. Ich hab schon wieder nen Credit weg. Ja, ich glaub ich auch wieder. Ich fahr da schon mal ohne dich. Fuck you. Oh, ups. Ach, ist das scheiße. Sogar beim Ferien noch Ferien. Also ne, ne. Ich hab keine Crediter sonst mehr. Ja. Ich glaub, wenn ich das jetzt nochmal sterbe, dann bin ich kein Zweck. GZ. Genau zu sein. Dann mach ich das alleine, ich rule das dann richtig durch. Wenn mir nicht mehr so nen Klotz abweichen. Aber ist das Spiel dann ganz vorbei? Alter. Was? Ich würde mir gerne fragen, ob wir dann wieder hier Mission 3 starten können mit Full HP oder... Ja, du hast so nen Roboter. Was ist denn los? Ah, ich hab auch... Jetzt hast du auch... Moment her, da kann ich jetzt auch so nen Roboter ansteigen. Ja, meiner ist sowieso bald down. Oh lol. Was hab ich denn jetzt gemacht? What the fuck? Oh lol. Oh lol. Du hast... Du hast nen Laser? Ja ja, den Laser hab ich. Oh, da kommt man hier auch nicht schön. Du hast den Laser... Mit dem Laser hast du das Ding kaputt gemacht, glaub ich, ja. Jetzt kommen wir zu. Oh, das sieht nach Brochel. Oh, das sieht nach Brochel. Kann man an dem vorbei jumpen? Ja, sehr geil. Wie viel an der Granate auf dem? So zwei, drei. Lol, die fliegen einfach an dem vorbei. Ja... Du musst dann aber auch aufschießen. Oh, das leckt noch nen bisschen gerade bei mir. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh... Ja... Weißt du? Einmal den ganzen Screen durchlasern. Kommst du nochmal wieder? Ja, ne. Anscheinend nicht. Was? What the fuck? Game over. Insert Coin. Ja, sicher. Wie inserte ich dir ne Coin? Hallo. Ich würd gern ne Coin inserten. Ja, aber Peter, du machst das. Hab ich gehört? Du musst jetzt dir ne Münze nehmen ins Laufwerk legen und dann... Ja, ich glaub. Ich glaub, Europa so auf der Laser. Ja, es ist halt... Ist wahrscheinlich so ne... So ne Erfahrungssache, weißt du? Wenn der Alma weiß, dass der so auf der Angriff hat... Oh, oh. Ah. Ja, wenn der nach rechts den macht, dann muss ich nach links und... Oh, Alter, jetzt bewegt er sich nochmal, was? Oh, snap. Okay. So, dann macht er den Boden kaputt. Wahrscheinlich ist da gleich irgendwie... Einstert Coin, ey. Good joke. Oh. Ja, hallo, dann komm da... Ja, aber manchmal kannst du halt auch einfach nicht ausweichen. Das ist halt so. Manchmal frisst du einfach die Angriff... Ja, aber dafür hast du ja 20 Coins oder so. Oh, shit. Oh, das war jetzt völlig falsche Richtung. Das war jetzt nicht so gut, könnte man sagen. Aber ich hab ja noch ein bisschen. Einfach so auf. Oh. Oh. Komm schon. Der hält ja ein bisschen weiter aus. Ist halt, wa? Oh, du kannst hier auch abschliessend erkennen. Klar. Oh. Just. Gefrittet. Oh, ja. Oh. Er hat seinen Penis rausgeholt. Ach, verdammt, ey. Ja, komm. Komm, ein letzter, letzter Try. Oh mein Gott. Ja, komm. Da kann der Sperma raus. Wenn du in der Sprung rückst, dann... Ja, jetzt kann ich sicher bei Continue auf OK drücken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist der End auf der End. Du, du, du. Das war ja bei einem langes Spiel. Oh, ja. Spiel durch. Das hat's auch, was wir erwähnen. Gewonnen. Wir sind die besten Metal Slug-Spieler ever seen. Ja, ich glaub schon, ne? Ich glaub auch. Oh, wir sind wieder im Opry. Ey, komm, lass mal ausprobieren. Ne, komm, ich leite's nochmal ein. Okay, einmal, einmal, einmal. Okay, ein noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch rein. Okay, Startgame. Ich guck mal in Mission Mode. Ah, wir können jetzt Mission 3 anfangen. Sollen wir mal machen? Aber wenn ich schon sehe, Final Mission, ey, da geht's bestimmt ab dann. Kann man auch machen. Kann man auch voll ein bisschen rein anfangen. Wann, jetzt werden wir ja die Mission freigeschalten. Aber ich würde, glaub ich, gerne springen auf Leer-Taste drücken. Wie häufig ich das halt versucht hab. Und? Kiefe. Mag's, glaub ich auch. Wenn ich jetzt Escape drücke, komm ich dann auch ins Menü, da kick ich dich dann raus. Oh, probier's. Ne, passiert aber gar nichts. Ich kann gar nichts machen jetzt. Ich kann all der 4 drücken. GG. So, Escape. So, du hast Schießen auf Leer ge... Ne, Moment. Springen auf Leer. Ja. Leer. Shoot. Weil... Ich hab auf Leer-Taste kommen zu uns. Also, ich hab jetzt Shoot mal auf Shift gelegt. Mal gucken. Okay. Wer, wer bin ich denn immer? Da oben, der. Wie komm ich denn immer runter? Fuck, also. Also, wenn du, wenn du springen drückst, glaub ich, dann... schwimmst du schneller. Oh, ne. Das ist ein bisschen Treiber noch. Das ist der ganze Quatsch mit den blöden U-Booten und so. Nein, ich will da nicht Thank you Belohnung haben. Hey, warte mal. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt auf Leer-Taste den... Schuss liegen? Der Sprung. Ah, ja. Ich hab's. Ey, 10 Punkte. Hier runter müssen wir doch. Ja, ja. Nehmen wir das direkt mit. Jetzt kämmen wir uns ja aus. Jetzt sterben wir gar nicht mehr. Ja, gut. Na, nicht mehr weiß ich nicht, aber... Und wenn überhaupt, dann nur wegen der Umstellung von der... von den Tasten. Fuck. Ich komm nie ins U-Boot rein. Ich hab das U-Boot dann. What the f... Das ist einfach mal instant ein U-Boot verloren. Richtig, weil ich auf dem Boden aufgeklatscht bin. What the fuck? Ich hab das noch mal... Einen kleinen Levelbegrenzung. Ja. Ich hab das auch noch mal ein bisschen. Das ist ja, was denn in den Leveln? Achso. H-H-H-H-H. Hä, woh, 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 woh. aber auch aber auch sagt man bei der Karte da war und da wird das immer mitgenommen diese diese die Schiffe sind einfach so im Bahnhof von Bordmann was ich weiß nicht wenn er nicht so befreundet er hat so ein paar A und ist in der Abarbeit dass wir nicht passen wir können wir überhaupt du hast und wie viel ich hab heiter wie weit fliegen ich weiß nicht mehr kommt es nicht mehr für zwei Prozent der Schienen vor Ort der Stahl dass sie sich jetzt so lange auch besitzt auch oder Schiff auf geht man wegen ja beide sind leichter wie ich draufgegangen wird ja so hab ich das eben auch gemacht okay, das heißt wir werden dieses Spiel durchspielen? ja, immer eine Mission und dann wieder Backport ich wollte, oh, man hat schon durchgekommen, aber anscheinend... OHA aber es wird schon besser, komm wir fahren fast... jawoll hab ich gerade nicht... ja ach, fuck das Shit ey wir haben einfach mal hart draufgegangen Alter, diese Kugeln ja sicher voll die logische Waffe und so, fliegen so ein paar Kugeln durch die Gegend ja, das ist halt echt so ach guck mal, jetzt sind wir schon fast durch, jetzt kommt der Shit mit dem... mit... oh ja oh shit jetzt kommt hier der Shit mit dem... naaaah jetzt kommt das Shit mit den Überwachungskamera... oh nein das war ein Laser in meinem Gesicht lol, der geht ja nicht kaputt oder was doch, also muss die gleichen Vorhinein ich will lieber Sneaky von hinten in den Rücken mit dem Dolch ja guck da oben, da sind hier noch die Hammer beim letzten Mal nicht gerettet, das heißt, lass jetzt mal hier oben gehen und dann nehmen die Belohnung auch gerade ... ... ... ... ... ist er das man es gibt 510 Punkte und wir müssen das sind wir mit dem Griechenland das ist echt aber das war aufzug auf das hat er gerade hoch das ist diese 49 da achten für sie ist ein Zeitbrenzungen an dem Spiel ist es mit Lande aber sie kommt auch nicht der ist die Erwachsenen also so dass kann sie haben und das ist ein Ziel auf der Sitz meine eigene Spieler aus der Zeit ist durch das Land wird es nicht zu können ich glaube dass er wird euch die Dinger abnehmen O-O-O-O-Z-Lehrse gar wir sind er wird dann ich gebe oder du fährst um uns mit ihr oder so ja okay was passiert. Ne, sogar. Ups, falsche Taste, ducken. Ne, du musst mit hochkommen. Also gleich wieder springen und dann nach unten schießen, ne? Ja. Okay, üben wir schon mal. Okay, wenn man das weiß, ne, dann muss man da auch keine Tausende von Credits dran verballern. Oh mein Gott. Aber die Protagonistin ist immer ganz herz allerliebst am Streichen. So, so, Patrick's da. So oder sei nicht. Boah, da hab ich letztens wieder einmal Spongebob geguckt, ich hab's gemacht göttlich. Spongebob, der hab ich mir auch mal überlegt, glaub ich mir da, äh, oh mein Gott. Da mal sterben hier, richtig? Das auch, oh. Da mal so alle Staffeln sich reinziehen, das da? Da, Staffeln? Das gibt's schon. Das gibt's schon. Ja, ja, klar, aber das ist halt eine Staffel noch aufgeteilt. Aber der Film ist sowieso das Beste. Ja, der Film ist OP. Ich hab mich da ernsthaft nochmal ein Leben angelassen, oder? Okay, mach sie weg. Alter, kriegt er, ne? Was? Komm, ich glaub, er hat noch falsch. Kann man da oben reinjummen, dann, äh, hat man davon nichts. WTF? Ach so, das war gar nix, du, das war Anime. Ja. Toll, die kommt man dann da oben hin. Mit der Maschine hinfliegen. Da oben sind ja die ganzen komischen... er hat das Gefühl, wenn du die abschießt mit deiner Kanone, dann explodieren die immer. Ja, gut, machst du das. Leute, Volker, nach links laufen, das einsammeln. Nein, wir laufen nach rechts. Nein, wir nehmen das mal den Bass. Gib dem richtig Hals ins Gesicht, ja? Ja, das ist ja... Hey, die, die, äh... Hans abschießt in den Kommentar, geht mir länger. Ja, seine, die weit genug. Und jetzt, gleich müssen wir dodgen. Oh mein Gott. Okay. Oh, gut gedodged. Nein, du ja. Heavy machine gun. Das ist Continuum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, er holt seinen Penis raus. Nein, er holt seinen Penis wieder raus. Ja, mach halt alles kaputt. Es ist uns doch egal. Oh. Tank das. Puh. Wut... 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 Oh, Alter, bist du aber ordentlich verbrannt, ey. Ich, du auch. Stimmt. Ah, du auch. Tja... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dann bin ich in die Suppe gefallen, ey. Oh, naja, ich bin immer hart den, den Doge Skill rausgeholen, einfach. Ja. Sehr gut. da habe ich ein kassiert was gesehen aber ich sehe das war nur kurz vielleicht das mit dem prüsen und vielleicht verliert man das auch mal wenn man stirbt oder so genau wie die punkte auch weil sie haben jetzt mit 4800 punkte du mit null abgeschlossen